Hallo Freunde, das hier ist ein kleiner, kurzer Vorspann, weil gleich ein Video von Fallguys kommt, wie ihr das hier in der Beschreibung seht. Ich wollte nur ganz kurz noch dazu sagen, ihr müsst wissen, dass das in einem Stream aufgenommen ist. Ja, das heißt, ich interagiere mit einem Chat, den ihr aber nicht seht, wenn ihr hier auf YouTube guckt. Wer beim Stream dabei war, der hat es halt gesehen. Ich habe jetzt den Chat leider nicht eingeblendet, weil alles sehr spontan war. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den folgenden Videos und wir sehen uns. Tschüss! So, Aufnahme ist auch mal gestartet. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das sogar noch ein Ticken... Oh, das ist aber dann doch... 32 war jetzt. Machen wir mal so. Äh, wie komme ich hier zurück? Hier. Ja, ich glaube, so ist okay. Hm, hm, hm. Was haben wir denn hier? Oh, Outfits. Das ist... das... Ah, ja. Ah, ja. Okay. Was haben wir denn für Out... Oh Gott. Ähm, was machen wir denn? Ja, eigentlich müssen wir doch hier... Oh, ein kleiner pinker Knubbel. Ja. Oh Gott. Guck mal, ich bin Flash. Äh... Weiß ich nicht. Sieht irgendwie komisch aus. Komm, wir müssen doch eigentlich das hier... Warte, haben wir hier. Face haben wir nix. Ah, ja. Der Lobos-MC ist unterwegs. Sagen wir hier. Äh... Ach so, die Füße. Ja. Okay. Hm, was ist das hier? Äh... Season. Okay. Es gibt hier Seasons. Kann ich hier einfach mitmachen oder... Ja, nicht so. Ich glaube schon, ne? Äh... Hm. Ach, wir machen einfach mal Play hier. Der Lobos wird uns ewig verfolgen. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. So, ich hab keine Ahnung von der Steuerung. Ich hab sowieso von nichts ne Ahnung. Naja, 60 Leute. Hm. Ist ja auch von Vorteil, wenn man nicht so wirklich Englisch kann. Aber ich glaub, das ist hier auch nicht so wichtig. Jo. Oh, wieso bin ich denn ganz vorne? Oh. Oh Gott, ist die Maus. Okay. Nja. Ich... Äh. Nicht drängeln. Oh Gott. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein, ihr seid gemein. Toll, ich bin schon raus. Ach nee. Haben die mich einfach rausgekickt hier. Huch. Nein, 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 nein. Nee, nicht schon wieder hier. Nicht schon wieder hier. Ah, Drecksäcke. Ja. Machen wir jetzt hier einen auf einsamen Wolf. Oh, 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 oh. Ja, geht doch. Mano. Okay, was haben wir hier? Höh! Nein, nein. Oh, 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 nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Hey, mach mal runter. Oh, oh. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott, nein. Tschüss. Gott. Nein, ich will nicht runter, ich will nicht runter, ich will nicht runter. Oh, oh. So. So. Da gehen aber ganz schön viele darüber. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein. Boah, ist das gemein. Ich weiß, dass du irgendwas von runter geschrieben hast, aber ich kann gerade schlecht lesen. Oh Gott. Gerade noch so. Oh nein. 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 Wie kann ich da hoch? Hilfe. Ach, ist das mies. Das ist ja gemein. Oh, okay. Runter willst du nicht, rauf willst du nicht. Was willst du dann? Mauern. Ah ja. Was kommt jetzt? Ich glaube, man kann doch irgendwie packen oder so. Vielleicht bräuchten wir das. Bin ich sicher. Muss ich irgendwas machen oder... Ist das ein Ladebildschirm? Das ist wohl ein Ladebildschirm. Ah ja. Ah ja. Irgendwann mit Bällen. Was passiert hier? Welche Farbe haben wir? Oh, rot. Wie sieht denn aus? Ich bin ja ein Pingo. Gott. Hä? Was müssen wir denn machen? Hallo? Hallo, ich bin auch dabei. Puh. Ach so, wir müssen die, glaube ich, da hin, oder? Keine Ahnung, wo müssen die hin? Ich kann irgendwie auch nichts machen. Ach so. Ah, ich verstehe. Hä? Warum... Ach so, ich steuere den ja gar nicht. Hä? Warum steuere ich den nicht? Das bin gar nicht ich. Das ist unfair. Da kannst du ja noch lange gucken, wa? Manu. Das ist einfach das nächste Spiel gewesen. Manu. So. Hätte ich einfach so tun können, als wäre ich das, ne? So profimäßig. Ei. Okay. Merke, wenn wir rausfliegen, dann gehen wir raus. Macht ja irgendwie Sinn. Ah ja. Ich glaube, wir müssen ins Ziel kommen. Oh Gott. Ah ja. Das, äh... Hm? Kann mal jemand vorgehen und schon mal gucken, wie das hier geht? Oh oh. Hä? Hat mich jemand festgehalten? Hilfe! Oh Gott. Warum sind hier so viele? Wow. Das ist mein Platz. Ja. Willkommen in Takeshi's Castle. Aua. Was war das denn? Ey. Geh weg. Nein. Aua. Da kommt doch bestimmt gleich was. Nee, doch nicht. Okay. Wir sind noch dabei. Wir sind noch dabei. Oh Gott. Ich hab nichts gesagt. Oh Gott. Hilfe. Ich bin zu fett dafür. Äh. Aua. Lass mich. Irgendwie irritierend, dass meine Maus hier ist. Oh Gott. Alter, die Musik. Hilfe. Ey. Ich war noch kurz vorm Ziel. Mano. Ja, ist gut. Wir sind raus. Ja gut. Ich hab's verstanden. Nicht, äh, unser Level hier. Ja. Okay. Nächstes. Irgendwann sind wir ESL. Ich seh dat. Hahaha. Wir sind kurz davor. Nicht. Wuuu. Wuuu. Wui. Ah ja. Ist das nicht wieder dasselbe? Ist doch dasselbe Level. Easy Heights. Hm. Ach ne, das wäre Mario Kart. Oh. Diesmal fangen wir nicht vorne an. Das finde ich gut. Sollen erstmal andere irgendwie Müll machen. Wuuu. Oh Gott. Oh Gott. Ey. Nicht schubsen. Das ist unfair. Au. Sag mal. Den hab ich mir geschnappt. Aber ich komm nicht voran. Hallo. Jetzt. Wuh. Ah. Läuft super. Wir sind gut dabei. Wir schaffen das. Irgendwann. So. Mann, 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 Mann. Geh weg. Scheiß Wolf. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Das. Ah. Das ist fies. Mal diese Bälle. Ja. Okay. Okay. Ja. Nein. Andere Seite. Hier geht's schneller. Ja. Ja. Oh. Wir haben länger als die, die untenrum durch sind, ja. Äh. Hallo. Warum komm ich hier nicht hoch? Hallo. Naja. Hüpfen ist nicht immer gut. Alles. Oh. Das war beinahe jetzt geklappt. Also, ich seh dich schon mit deinem Sohn im Indoor-Spielplatz. Ja. Ja, und dann auch so ständig. Ja, beinahe jetzt geklappt. Huch. Es war nur ein Kieferbruch. Mhm. Doch. Bitte ein anderes Level. Es ist einfach zu hoch für uns. Oder zu niedrig. Eins von beidem. Wir sind einfach zu gut dafür. Warte. Hehehe. Cool. Ja. Chrissy findet's auch. Ah ja. Was haben wir denn hier? Okay. Das sieht ja sehr vielversprechend aus. Freunde, könnt ihr nicht alle runterspringen und ich gewinne? Ich find das fair. Huh. Ah, man kann... Ah, okay. Äh. Lass mich. Huch. Hui. Haaha. Oh, nein. Das war gemein. Aua. Ja, toll. Danke. Arschgeigen. Weißt du, hab ich hier so toll den Sprung drauf und dann kommen die. Ja, ja. Hui. Wie komm ich denn hier hoch? Äh, hallo? Kannst du mir ne Anleitung geben? Äh. Huch. Ja, ja. Hier. Super Skin, aber kommt nicht hoch, oder wat? Ah, so. Hui. Oh, oh. Das hätte ins Auge gehen können. So. Wir sind wieder im Rennen. Au. Naja, so halbwegs. Ja. Was kommt jetzt? Hui. Au. Ah. Gar nichts kommt. Manu. Hüah. So. Okay. Wo gehen wir lang? Hier lang? Hm. Hüah. Nein, das war zu früh. Verdammt. Ja, toll. Nein. Nein, spring. Uff. So. Wir schaffen's. Wir schaffen's. Komm. Einmal ins Ziel. Einmal. Was? So kurz davor. Alter. Was für ein Scheißspiel. Das gibt's doch nicht. Gleich bei Steam zurückgeben. Das geht ja gar nicht hier. Tja. Ach. Bin jetzt im Trigger-Modus. Los. Hehehe. Cool. Ja, find ich auch. Doch, ich werd's auf die Fresse kriegen. Hm. Äh. Aber es ist Lernkurve. Es ist ne Lernkurve da. Hoff ich. Hm. Mann, oh. Wir waren so kurz davor. Naja. Mann, hie denn da? Oh. Ey, wartet auf mich. Ich komm mit. Oh Gott, sind das viele. Hilfe. Au. Ah. Warum immer ich? Warte ab, ihr denn gegen mich? Au. Nee. Nee. Ah. Die mit den Wänden ist ja wie zu Hause. Oh, 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 oh. Ah. Ah. Nein, 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 nein. Oh. Das war knapp. So, let's go. Ja. Einmal hier. Nee. Oh Gott. Nein, nein, nein. Oh. Arschloch. Hilfe. Ja. Okay. Ja. Okay. Wir springen nicht. Das haben wir gelernt. Hier hingegen schon. Ja. Ja. Nein. Oh. Pisser. Ja, wat? Wieso Männer und Kinder schlägt man nicht? Ja. Ach so. Ich verstehe. Was ist denn mit der Couch? Willst du mich auf die Couch schicken? Hey, ich will raus. Ich wollte raus. Hilfe. Ich will dich zugucken. Das ist schon traurig genug. Lass mich raus. Hallo? Raus hier. Jetzt. Ich raus gehen möchte. Jetzt. Oh Gott. Ich bin froh, wenn ich nicht weitergekommen bin. Kann ich jetzt raus? Oh. Hä? Nee, ich bin am zugucken. Aber ich kann nicht raus. Ich will raus. Danke. Mann. So. Uhuhu. Startet ja fast wie ein Battle Royale. Ich hole mir gleich eine Knarre. Ah ja. Ach so. Das ist wieder das. Okay. Also Martin hat ja im Discord geschrieben, dass er das auch hat. Mich würde mal interessieren, wie weit er schon gekommen ist. So. Okay. Fitness und los. Versuch ein bisschen in der Mitte zu bleiben. Aua. Nee, nicht, 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 nicht schmeißen. Nee. Nein, nein, nein. Nicht wieder hier. Nicht wieder hier. Warum immer ich? Warte mal. Springen ist gar nicht gut. Wir haben wieder was gelernt. Ja. 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 Wir springen nicht. Obwohl hier schon. Oh. Das war nicht gut. Okay. Aber ich erkenne eine Lernkurve. Sie ist nicht schnell, aber sie ist da. Äh. Äh. Da. Nein, 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 nein. Ganz ruhig. Oh. Das war genau dazwischen. Das war super. Hey, da ist ein Hotdog. Jetzt habe ich Hunger. Warum schubsen die mich immer? Was habe ich euch getan? Höh. Ja. Ja. So. Okay. Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Müssen wir hier eigentlich springen oder reicht die Kante? Bin mir da halt nicht so sicher. Äh. Kann das mal runterkommen? Danke. Ja, toll. Ah. Der Fettsack konnte wieder zu wenig hochspringen. So, hier brauche ich nicht springen. Hier wahrscheinlich jetzt auch nicht. Hier schon. Scheiße. Oh Gott. Nein. Oh. Och, Mann. Oh. Oh Gott. Bitte nicht. Bitte nicht. Nein. Oh, dieser Arsch. Dieses Arschgesicht. Der hat extra gewartet. Was für ein kleiner, dreckiger Bastard. Was für ein dreckiger Bastard. Entschuldigung. Oh, das ist ja auch gemein. Die Leute da quälen lassen und dann, ne? Hallo, Moses. Boah. Dreckiger. Also, nicht du, Moses. Okay. Ich bin noch, ne? Ich bin neu. Ne? Moses. Ich glaube, du hast das auch. Ich glaube, du hast das, glaube ich, auch, ne? Ich glaube, das haben schon einige geholt. Ich gerade erst eben, ja? So. Wir gucken. Schau mal, Tess. Hä? Wie? Tess? Tess sehe ich nichts. Was soll ich denn da sehen? So. Oh Gott. Was ist das denn jetzt? Oh, 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 oh. Ah, ich bin dabei. Okay, was haben wir hier? Ah, ich verstehe. Huch, leck. Wir schaffen das, Freunde. Wolfpower. Nur das Chicken ist im Weg. Oh, ist das mies. Voll gemein. Ah, ja, ja, ja. So. Immer schön. Aua. Aua. Okay, das ist fies. Die Bälle sind nicht meine Freunde, habe ich das Gefühl. Aua. So, was haben wir hier? Oh Gott. Glitschig. Oh. Ich bin am Start mit Fall Guys. Hä? Du bist... Hä? Warum sehe ich dich nicht? Warte mal. Ach, da oben. Huch. Äh. Hallo. Hallo. Ach so, jetzt konnte ich nicht raus. Mann. Kannst du denn... Kann man da zusammen connecten? Oder was? Ja. Du bist übrigens wahrscheinlich dann auch auf YouTube, weil ich aufnehme dazu. Das ist mir doch egal. Das ist mir bei dem Spiel sogar so egal. Ja, ich meine ja nur. Das ist nur ein Spiel aus Spaß an der Freude. Ich muss nur erstmal warten, bis ich hier wieder raus kann. Ja. Du auf Steam Online? Äh. Ich glaube, bist du invisible, weil ich seh dich grad nicht. Äh. Kann sein, dass ich unsichtbar bin. Äh. Gucken wir mal eben. Also das heil, weil ich seh nur, seh nur, seh nur. Ja, ich bin unsichtbar. Also musst du mich einladen. Ach so. Okay, warte. Äh. Ich hab hier gar keinen Auswahl zum Einladen. Ähm. Y. Y. Ach, im Spiel selber, oder was? Ja, im Spiel. Äh. Warte mal, bist du aufs nächste Spring-Klub? Ich spiel mit Tastatur, weißt du? Ja, ja. Dann bestätig mal mit, äh. Mach mal Confirm. Ah, ja. Ah, hier, P. P. Äh. Da ist er. Ähm. Warte mal kurz, dann muss ich. Unhallo, YouTube. Darf man das so sagen? Ja, du kannst dir sagen, was du willst. Ah. Ah, okay. Muss ich nur Ready machen und dann? Ja, muss ich auch. Dann fallen wir mal noch runter. Aber ist das Spiel Bock wie Sau? Also, ich muss ja erst mal reinkommen, so, ne? Aber ist schon, äh, speziell. Erinnert halt irgendwie an Takeshi's Castle und so. Ja. Ja. Ja, ja, Chrissi, ja. Dann gucken wir mal. Du bist da wahrscheinlich schon Profi drin. Ich bin nur, ich, ich hab jetzt, bis jetzt nur zehn Spiele gespielt. Ah, okay. Wie ist das, wenn ich rausfalle und du weiterkommst? Kann ich dir auch zugucken, oder? Theoretisch, ja. Geil. Wir sind halt in einem Team. Das wird das Entspannteste dann. Lauf mal. Hui. Ah. Aber du, ich bist. Oh Gott. So, jetzt haut's. Ah, au. Erstmal. Au. Aua. Hui. Wir werden erstmal alle hier, Alter, nicht in die Richtung. Oh nein. Das ist super. So. Oh nein, jetzt kommt das hier wieder. Äh, aua. Rängelt doch hier nicht so. Ach, so. Ich bin da. Huh. Okay. Au. Aua. Ah. Krieg Popo-Klatsche. Ich seh dich. Ich seh dich. Au. Warum? Was hab ich euch getan? Oh, nicht schon wieder. Gibt's doch nicht. Da. Okay. Oh, jetzt kommt das Schlimmste. Au. Au. Okay. Nein. Hä? Was hat mich jetzt umgehauen? Hä? Ja, toll. Hä? Was hat mich denn da umgehauen? Oh, wow. Ich werd's nicht schaffen. Nein, 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 nein. Oh, au. Oh, au. Ach, ich hab doch gedrückt. Lauf doch, du Arsch. Oh, der hat mich aufgehalten. RIP, RIP. Du bist weiter, nehm ich an. Nein. Ach so, dann kann ich ja raus. Kurz davor, ja. Kurz davor, das ist böse. Ich dachte, dass man keine Clips machen kann. Nee, das ist super. Kannst du ja dann aus dem YouTube-Video schneiden, Kappa. Du hast auch die normale Edition, oder? Nee. 24-30 Euro. Ah, okay. Musst du da nicht irgendwie einen speziellen Skin oder so? Ja, ja, aber ich hab mir, äh, hab mir gedacht, so, der Feuer, Feuer, der, das Ding mit Feuer, aber sieht geil aus. Ich verbinde hinten jetzt, welcher war denn das? Das war, oh, der, 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 äh, ja. Lustig. Oh Gott. Ja, dann. Glaube, Menschen warten kurz. Gott, 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 Gott. Oder sie gehen runter. Ja. Hä? Boah, der Hund. Aua. Hör doch auf, mich immer anzufassen. Was ist alles so dickig? Äh, fertig. Das ist einer meiner Lieblingss. Ah, mein Gott. Ach, so. Oh nein, die Bälle. Oh nein, die Bälle. Ach so, da, wo du vorhin drunter... Häää. Kein... Oh Gott. Glitsch, glitsch, glitsch. Oh, das ist fies. Nee, komm. Miet, 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 miet. Ah, qualifiziert ist vielleicht... Ja, qualifiziert. Geh durch. Ja, ganz schön ist, ich sehe auch so auf dem rechten Auge, dass du qualifiziert dich. Ach so, ach so, ja, du hast ja noch Stream offen. Ja, ja. Das erste Mal, ja, ich konnte gerade live dabei sein. Ich hatte gerade mein erstes Mal. Jetzt wird's... Jetzt wird's... Lass mich raten, es wird nicht besser, sondern schlimmer. Lustiger. Lustiger, okay. Ah ja. Du hast ja in dem Spiel sowas wie einen, äh, netten Bettenpass und dann so eine Seed in Progress, ja? Oh, das habe ich vorhin schon gesehen, hier mit den Bällen. Muss man die nur anfassen, damit die die Farbe annähen? Nein, schieb... Du musst sie praktisch in deine Zone schieben. Ah, okay. Was für eine Farbe ist immer? Rot. Schon wieder. Ach so, das war vorhin der Typ, den ich zugeguckt habe. Praktisch, praktisch, erst mal. Äh, ja, läuft gut. Äh. Weg damit! Ja, ihr Rocket League. Genau, das... Nein! Oh, du scheiß Blauer. Gegen Blau, will ich kämpfen gegen... Okay. Die klauen unsere Bälle! Mein Ball! Der wichtigste ist wirklich hier... Puscht das Ding weg. Na, komm her, komm her, komm her. Nein! Nein! Nein, warum mache ich das? Nein! Bisschen rot. Das heißt, wir haben im Moment die meisten Bälle. Mein Ball. Mein Ball. Mein Ball. Welches ist mein Ball? Äh! Über dieses... Am besten über diese... Balistrate, da geht's am schwersten raus. Huch! Geh weg! Und rechts oben siehst du die Zeit? Die abläuft, ja? Äh, ihr habt keine Zeit, um die Zeit zu gucken. Rechts im Bild. Fakt! Hab ich nicht gesagt. Huch! Okay, hier. Oh ja, komm, komm, komm! 1, 2, 1! Komm, komm, komm! Nein, 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 nein! Jetzt sind wir schon wieder raus, oder was? Ja, gucke. Der war in Rot. Der hat nur eins. Das ging ja viel zu schnell vorbei. Belohnung? Ich... Also... Warum hast du mehr Belohnung als ich? Confirm! Weiß ich nicht. I don't know! Das ist doch nur die normale Version, oder? Ja. Bummel. Die ganz normale Version. Na, das mit den Kreisen. Fast das leichteste. Ja, klar, klar. Habe ich auch schon zehnmal geschaffen. Nicht. Oh, 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 oh. Eh? Nein! Na los, lauft in die Bälle! Oh, nicht ich. Oh, da kommt der... Ich spüre, da kommt der Ball. Von den Bällen... Von den Bällen flüchten. Nein! Oh, nicht runter! Oh, no! Ja, toll. Toll! Sei die Wand! Sei die Wand! Aua! Ja. Wir fliegen doch eh wieder raus. Spüre das! Ich kann es spüren! Oh, oh, oh! Nein, der Ball! Nein, so kurz davor! Voll das Trollspiel. Raus! Ja, kannst mit Trollen. Kannst du wirklich rein Trollen, bis tot ist, ja? Ja, wie vorhin, wo der letzte Affe irgendwie vorne gewartet hat, der Drecksack. Hat uns quälen lassen und ist dann erst rein, als er uns gesehen hat. Aber es macht auch nur Spaß zu mehr Leuten, ja? Also, du kannst, glaube ich, ich weiß nicht, wie groß man eine eigene Lobby machen kann, ja? Ja. Wow. Ich weiß zumindest, dass ich die ganze Zeit mit Tos und Dennis gespielt habe. Uh. Und schon wieder das gleiche Spiel. Ob da noch mehr kommen werden? Oh. Für die Armen, die immer beim ersten Spiel hängen, weil sie nicht weiterkommen. Ja, das ist besser. Ich gehe die Armen. Oh, diese... Da springt man und wird... Dann fällt man. Ja, wir sind gut dabei. Wir sind gut dabei. Oh, die schieben mich. Oh, Drecksäcke. Man kann auch ziehen, ja? Kleinen Tipp, wenn du... Oh, auch... Wenn du mal jemand wirklich... ...freakern willst, ja? Ja. Du musst einfach mal die... ...die Grapple-Taste drücken. Ich bin angekommen, fallend, aber ich bin angekommen. Ja. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Ja. Ist ja anstrengender als Sport. Nein, 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 nein. Uff. Uff. Durch. So kurz davor. Na, ich bin durch. Ich bin voll geil für 41, 51, ja? Ja? Okay. Weiter geht's. Die haben das Spiel gepatcht. Vorher konnte man noch die ganzen Spieleinnahmen sagen, ja? Ja. Und jetzt sieht man nur noch Vollgei mit Nummer. So. Was wird's denn? Warten wir gleich sehen. Ah! Oh, Lauf. Hast du das schon mal gemacht? Nö. Ich bin gerade das zweite Mal überhaupt im zweiten Level. Bist du durchgekommen oder? Nee, du musst zuschauen, gell? Nee, ich bin durchgekommen. Okay. Ich bin ja Profi, weißt du. Oh, hat da nicht getroppt. Hat da nicht getroppt. Ich spüre es. Diese Tür ist es. Oh, war's tatsächlich. Oh, Leck. Vielleicht hier? Das war ein paar Lauten vorne. Oh, da ist sie doch. Das ist nur... Oh, Alter. Aua. Aua. Da ist es, Taktik ist, Leute vorlaufen zu lassen. Ich finde die Taktik nicht so gut, weil die dann auch schneller im Ziel sind. Oh Gott, ich hänge fest. Oh, nicht runter beschubsen. Ey, was ist denn mit euch? Das ist ja hier wie... Oh nein, ich darf es nicht sagen. Ich darf es nicht sagen. Das wäre zu böse. Du meinst das mit dem RB? Hm? Ich meinte das mit so einem Tunnel. Nein! Oh, so viel ist es. So knapp davor. Ja. Ach, Manu. Also du bist qualifiziert. Ja. Dann müsste ich dir jetzt zugucken können. Der Typ mit der Flamme... Gucke ich jetzt automatisch dir zu? Das weiß ich nicht. Was weißt du denn? Nicht das Schrei, Schleimkraxler. Eines der Schlimmsten. Eines der Schlimmsten. Ah ja. Weiß nicht. Bist du 85, 84? Nein, 41, äh, 51. Hübsch, Flamme. Äh, äh, 41, 51, ja, da bist du. Äh, hä, was machst du denn? Voll der Cheater. Nein. Du kannst doch auch creppeln. Klägerei! Oh. Oh. Ist so viel angenehmer zu spielen. Nein, ich kann nicht creppeln. Du hast dich gerade an dem seinem Arsch hochgezogen. Nein, 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 nein. Du kannst doch creppeln. Oh. Dann tust du dich bis hier... ...bist voll. Go, Moses. Go, Moses. Go, Moses. Sieht sehr gut aus. Läuft auch. Also, äh, aus am Anfang, wo ich praktisch eingeschlossen wurde. Da ist ein Profi unterwegs. Nein, 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 nein. Komm. So. Der Kleine. Ja. Jetzt habe ich mich am Arsch hochgeklettert. Solange. Doch, ey. Doch, ich find's meh. Hä? Ach, YouTube ist schlimmer. Alles, alles gut. Solange, solange die Leute, solange... Ich versuch mich ja zu bezahlen, gerade. Zurückhalten? Wieso? Dem Miesen. Ich bin laut Mieser. Oh, tschööö. Und wenn man runterfällt hier, ist man auf jeden Fall ausgeschieden. Achso, ja, dann können wir ja wieder raus. Ja, schade, Chrissy dachte, du schaffst das, aber... Ja, ich hätte es gepackt. Laut niesen, das geht laut. Ich bin normalerweise richtig laut. Ich bin ein Lautneser. Ich auch. Wenn es nie in die Stunt, dann kriegst du die Nachbarschaft mit. Wenn die Fenster offen sind. Ja, Chrissy, was du leise machst. Jo, was kommt jetzt? Weil, wenn man es abbremst, also ehrlich gesagt, wenn man es abbremst, das kann manchmal richtig wehtun. Oh ja. Wieder dieses Level. Man sollte es nicht abbremsen, das stimmt. Hoher Druck und so. Ja. Und wir reden immer noch vom Niesen. So, weiter geht's. Danke, schon wieder. Ah, schläge, geistige Schläge. Ja, komm, kick mich ins Ziel. Bremse. Oh nein. Oh Mann, oh, ich hasse diese Dinger hier. Das hier mit dem Jumpen, das habe ich noch nicht so im Griff. Na gut, ich habe hier noch gar nichts hier im Griff, aber... Äh, nein. Au, ah. Musst's tun. Ist du mir leid? Au. Ja. Hier erwischt's mich irgendwie immer. Wir probieren's noch mal gerade aus. Hä? Was war das denn? Hol der Leck. Probier's noch mal. Noch einmal. Hier war ich vorhin, einmal ganz vorne. Ich war hier in Ammo, ganz vorne. Ach, Mann, oh. Du, 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 du. Nein, Mann, oh. 36, aber relativ schnell. Oh, das war nicht schlau. Äh. Aber? Nein, du kennst einen Elefant. Hä, was? Da scheint es doppelt. Ach so, du bist der sterbende Hamster. Ne, ne, ich bin der Elefant, der dann... Der mit dem Rüssel trötet, der... Ja. Du weißt ja, wie Elefanten duschen, ne? Ah, mir im Rüssel und so. Ja. Okay. Ich muss mich ein bisschen zurückhalten. Hallo, YouTube. Ach so, diese... Meinst du, meinst du, meinst dieses, äh, gelb schalten? Ja, Bälle, ähm... Ach, bin ich froh, muss ich das jetzt nicht machen. Äh, die Farbe bin ich gelb. Jetzt muss ich dich wieder suchen, ne? Du hast irgendwie 41 irgendwas, oder bist du jetzt eine andere Nummer? Aber... Nein, normaler ist er nicht. 41, 51, da ist er. Gut, Flamme. Das ist ein Feuer und Flamme, und so, ne? Aber... Da gibt's auch Fußball und so weiter. Du musst unsere Ehre retten. Ehre, nicht Ehre, ja? Auch keine, äh, Weizen, äh, keine Getreide-Äre, ja? Ne. Aber ich sehe, du bist gerade in der goldenen Ära. Okay. Ach, Chrissy, hol dir das Spiel und dann gucken wir weiter, ja? Arsch. Kann doch das Ding auch kreppeln, oder? Normalerweise. Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wie das geht. Also, also bei, bei... Auf der Tastatur ist es RT. Hm. Kannst du nur die Bälle verteidigen? Drei, wir haben drei. Solange wir die verteidigen, ist alles gut. Ja, das scheint gerade gut zu funktionieren. Nein. Nein. Rot hat im letzten Moment noch durchgebrettert. Ja, weißt du warum? Weil ich gerade... Weil ich selbst mein Auto... Weil ich selbst in die falsche Richtung den Ball gelenkt habe, auch dazu. Ich glaube, ich habe eine Farbe vorhin bekommen, ne? Ne. Irgendwas habe ich doch bekommen. Du müsstest irgendwas vom Outfit bekommen haben, oder? Ne, sehe nix. Egal. Oh, das Level. Hä? Ach so, du hast schon... Du hast schon... Ich warte mal eben. Obwohl, kann ich dir zugucken? Äh. Taktating, not ready. Ach so. Bist du raus, oder was? Äh, vielleicht ein Emote? Keine Ahnung. Aber vor... Doch, vor... Das, ähm... Großer hellblau. Im Season Pass. Fast bekommen, ja. Okay. So, ready? I'm waiting. Was gecheckt gerade? Das ist nur ein Running Gun. Einfach nur durchlaufen. Okay. Ist auch gefühlt nicht weit. Also, manche Spiele haben so ein Gefühl wie Marbles on stream, ja? Ja. Warum werde ich immer umgeschubst? Was soll das? Oh, Sack. Saft, Sack. Ach, Mann, oh. Lass mich durch. Ja, bleib doch eine Stunde oben, ne? Ist okay. Mobbing-Spiel. Äh. Bring ihn. Am Ende. Ja, ich werde ja nicht qualifiziert sein. Nein. Ich bin auch nicht. Ich habe es auch nicht gepackt. Ja, ich dachte, du hast es. Nee, ich habe es nicht, weil... Die Lücke vom Ziel... Das ist... Das ist der Casus Knacktus, ja? Mobbing-Spiel! Überhaupt, ich hätte beinahe Chrissy gestern besucht. Was? Mhm. Ja. Gestern war doch der, auf Pokémon Code, der Community Day mit Carpador. Ach so, ja. Zuschub. Ja. Und ich war in Essen. Ah, okay. Warte mal kurz. Ich habe auswesend zu spät. Ja, ich warte. Bleibt mir ja nichts anderes über. Was ist denn das hier eigentlich? Ein Schock? Ah, ja. Ja, ja, da... Ah, da hast du die Flammen hier. Ja. Ich war das der. Was habe ich denn? Oh, ich bin reich. 2000 Punkte. Naja. You ready? Ohne. Du hättest blöd geguckt, wenn es vor deiner Tür Muuu gemacht hätte, ja? Die wollte bestimmt nur gerade... Ich glaube, die fällt gerade vom Stuhl. Nee, die denkt sich, du bist ein Arsch. Och nein, 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 nein. Wippen, ein... Nein, 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 nein. Fast eins meiner Lieblingsspiele, ja? Wippen. Ah ja. Nein! Fickt euch! Ich meine natürlich, ja, super Spiel, macht Spaß. Ja, passiert hier heute noch was? Bei der Wippe hier, oder eher nicht so? Jetzt steh, 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 steh. Die Leute, jetzt kommt die Wippe runter, aber die haben das Wippen... Ja, gut. Da sieht man genau das Prinzip. Die Leute haben das Prinzip der Wippen nicht verstanden. Erstmal nach oben laufen. Nein! Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Nein, 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 nein. Das war dumm. Da fällt Wache. Wenn doch mal runter. Ja, es war dumm, da hinzulaufen. Hätte noch warten sollen. Da vorne steht schon wieder Leute. Bei dem Level macht es halt extrem viel Spaß. Boah! Wo ist denn ihr Spaß? schlaue wippe, schlaue wippe, schlaue wippe weißt du, die leute da hinten stehen ein bisschen mit plan und die anderen gar nicht doch bloß du hast mich jetzt kapikettet ich hätte nicht gedacht, dass das noch was wird das ist auch ehrlich gesagt eins der ehrlich gesagt, du brauchst die Griff ja, das habe ich nicht oh, das habe ich noch nie gespielt ist okay, ist okay, ich merke mir das was ist das jetzt? keine ahnung, das ist das erste mal naja, oh gott komm, hierher es müssen 16 ausschalten ja, ich möchte gerne nicht unter den 16 sein ich auch nicht sind überhaupt schon welche raus? 12 Stück, guck mal oh, nein oh gott der eine steht da nur qualifiziert ich nicht ich bin Nummer 15 gewesen 23 jetzt kommt ein Teamspiel und es ist mal wieder ungerade Gruppenzahl ach, ich fall jetzt hier raus macht dir da bloß keine Hoffnungen ja, Teamspiel du musst du einfach durchs Ring springen ganz einfach hm, ja wo bin ich denn? da bin ich hier ist ja gar keiner gut, dass ich gut, dass ich in Schwimmzähl was für eine Farbe du hast wo sind die Ringe? da nein ja, das läuft super ne, 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 ne geh weg geh weg oh Arsch komm ich hier drüber wahrscheinlich nicht ne, ne man wir haben ja noch gar nix ja da ist meiner, da ist meiner, da ist meiner ey, wir sind im selben Team au nein 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 glück gehabt bist du voll geil 1226? äh, kann sein weiß ich nicht ja, jetzt sehe ich es geh weg du blauer Pisser was mach ich denn hier? gib mir einen Ring um sie zu knechten eine Sekunde zu früh von der anderen Seite das wird knapp zwischen rot und gelb wird es arschknapp zwischen rot und gelb wird es arschknapp lauf, spring heiß ha das war das war der Punkt der euch gerettet hat huuuh haben wir doch schon huuuh ja gleiche Prinzip dran springen ich hätte jetzt gesagt du musst einfach dran springen ja, aber ich weiß nicht was für eine Taste das bei der Taste ist ist wieder gelb, oder? ne, ist blau ah, Verteidigung Verteidigung ja, ja, ja ja, nein oh, der ist bei uns weg damit weg damit warum kann man nicht schneller rennen oh, nicht gut jetzt, jetzt kickt die Tor oh, au oh, der wäre fast rein da brauchst du auch Leute die defensiv agieren und da du glaube ich gerade die Halbmannschaft die da defensiv warst ja was Geld gar nicht hat kommt Leute und hier sind sie ein Wachi im Sturm was ist das denn? glaubt sogar den Punkt das mehr gibt ja dass der andere Ball sogar mehr Punkte gibt nein du bist den Ball habe ich noch nie gesehen nicht gut nicht gut Leute verteidigen oh, dieses Ei ne wo ist der Ball wo ist das Ei wo ist das Huhn ich kümmere dich um das Ei ich glaube du musst eher um das Ei dich fürchten als das andere nein oh, oh, oh nein fuck weil 5 wow okay, Ball ist rein 5 Punkte oh, das ist gemein ja das sind 5 Punkte oh, oh, oh wir haben 2 Bälle nicht gut weg damit ohne auf der anderen Seite kröpfe der Ball nein nein nächster nein da war auf meinem Weg Vorsicht der andere bitte zu lachen wenn es unentschieden ausgeht aber ne, dafür dafür sind jetzt alles blöd nur wegen dem scheiß Ei ja okay, wir sind weit gekommen das ist Ei im Ei das ist sehe ich zum ersten Mal ja hallo Trollhobbit moin Trollhobbit ne, will ich nicht okay next ach so du bist immer noch am zugucken ich hatte gerade ich hab nen ach ja mhm mhm ja spenden Olaf Olaf so okay auf ins Getübel oh nein Propeller oh nein meine größten Feinde halt der letzte letzte Propeller ist halt so bissl natürlich stehst du fast ganz hinten wie ich das richtig gesehen hab eben natürlich ah fliegt ihr Küken oh der hat mich noch erwischt so oh nein das hier so wie mich der Propeller oh äh hallo okay ich hab ne Abkürzung genommen ach diese Kackpropeller ne der hier erwischt mich immer boah okay okay au nein au ding ach manu ne yay oh Trollhobbit hat Küchenjungen einen Sub geschenkt oder was au dankeschön also eigentlich muss er sich bedanken hast du eben gerade ihn Küchenjungen genannt statt Küstenjunge ne kann auch Olaf sagen ist einfacher mann ja komm geht schon ins Ziel danke aber geiler Endscreen geiler Endscreen der Küchenjunge warum kocht er nicht oder was ah ja wahrscheinlich kocht er genauso wie wie doch nicht Küchenjunge gesagt hallo hab ich Küchenjunge verstanden kann er nicht ja ja ich tue jetzt einfach so als nein ich bin weitergekommen ja komm let's go achso du bist noch dabei Mist dann wäre ich noch nicht rausgegangen jetzt ja wahrscheinlich noch mit Schuss ich und Küche zuschauen stimmt ich kann mich erinnern wie wir gekocht haben als du hier warst den Backofen kann er bedienen ja immerhin und Mikrowelle bestimmt auch Moment wo ist der Verhexte ich erinnere dich daran dass du es gesagt hast was denn jetzt das war es auch schon ach grillen kann er bestimmt auch aber das hat ist ja dann nicht direkt Küche oh Mann hätte ich gewusst dass du weitergekommen bist hätte ich zugeguckt ja es ist lass dich nicht verhexen aha okay nee Chrissy ich kann nicht kochen aber den Abwaschkern ja immerhin ja gut können ist halt eine Sache ob er es macht ist dann die andere Sache das wird jetzt Chrissy bestimmt wieder gegen mich verwenden aber naja ich trinke mal so aber ich bin rausgeführt okay das heißt wir können wieder er stand in der Küche wenn ich gewonnen als ich angepennt bin ich weiß es nicht keine Ahnung ich hab den nicht gekannt ja Chrissy weiß doch in der Not frisst der Teufel Fliegen und so ähm Olaf weil wir es können oh Connection Error wir sind nicht mehr im Team nein abbrechen wir haben mehr gesprochen außerdem Olaf du hast meine Küche gesehen da drin kochen ist jetzt nicht unbedingt ein Traum ne man kann kann mit zwei mit zwei Herdplatten komm komm und im Backofen komm komm was Gutes ja mit einem Backofen kann man vieles machen Kontrollhobbit genau deswegen genau es war besser meins kann man eh nicht essen so wir ignorieren jetzt alles Chrissy meint nämlich dazu cool ähm hast du jetzt nicht gehört Moses ne was denn ja das also Chrissy hat halt gesagt dass es cool ist also dass es stimmt dass man das Essen nicht essen kann also wenn ich es mache so weiter geht's warum bin ich schon wieder ganz hinten ja hab ich mich gerade auch gefragt hä ich war doch noch gar nicht auf der Plattform au äh hä ich bin kein Ball also ich bin zwar rund wie einer aber das ist ein Fallguy das ist ein Fallguy Mann so okay so oh nein oh nein oh nein oh nein ich hasse Propeller der hier wird mich wieder erwischen es sei denn mich schubst vorher jemand oh doch nicht okay oh mein Gott oh mein Gott nein ich wusste es es reicht nicht oh okay äh ja 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 komm so so ich bin schon da mit ja ja Chrissy dann muss ich dann ganz kurz äh schnell was einkaufen äh Olaf also wir brauchen also das beste Essen ist wieder so besteht aus Nudeln nein Wartensauce und Hackfleisch können wir bitte aufhören über Essen zu reden bist du auch noch dabei ja sehr gut ich ich hab mich reinkatapultieren lassen von der von der letzten Plattform hast gecheatet ja oh das hier wieder okay das ist cool ist halt oder auch auf deutsch Rollfeld Chrissy aus Essensthema ist jetzt vorbei was danke ich will nicht geradeaus meine Pizza bestellen nein da will ich nicht da will ich nicht da will ich nicht dahin will ich nicht ich will dahin oh nein das war knapp nein oh Gott nein ich bin raus okay ich überlege auch gerade was ich heute kochen lasse finde ich gut so äh du warst was warst du noch mal 41 irgendwas 41 ich bin raus gerade gefangen ach so ja dann dann können wir oh so kann ich nicht oder escape escape glücklich doch passiert nix hallo manchmal ich will raus kommst du auch nicht mehr ins escape menu nee ich will raus aaaaaaah ach haha ähm aber wie sie sie jetzt nur noch von essen reden die ich komm nicht raus wenn es was ist wenn ich hier drauf drücke passiert auch nix ich komm nicht raus Hilfe Hilfe ich bin kein star holt mich hier raus wenn es nicht klappt dann alte 400 tage ist ja kochen ist ja nicht weit ja sicher klar muss ich jetzt das spiel beenden oder was alte 4 dann tag der tag gehört dir na das ist aber doof ah warte leave show es ist was passiert ok wie siehst du denn jetzt aus bist ja voll hier der weißt du woran du mich erinnerst an so ein zäpfchen das ist ein space also weltraum suit an so ein zäpfchen torpedo los ey alter such dir mal die gut gut wenn du zu Chrissy kommst nimm einen großen Topf mit und such mal das Rezept für Gulasch es reicht zwei Wochen drei Wochen gleich werde ich von Chrissy gehauen diese 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 Homos sorry hast du gerade hast du gerade das H-Wort benutzt ich hab das sorry sorry für YouTube diese Elenden ich hab gerade ein Zäpfchen gesehen was du hast ja gerade gespawnt wieder weil ich runtergefallen bin Leute wo die einfach nicht das Wippenprinzip kennen was daher gehe ich die die Straße verkehr daher gehe ich auch gut diese triggert hört mal auf mich zu schubsen ich hab's schon schwer genug Manu hat dein also Her Nein, 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 nein Nein! Oh, du Scheißhuhn! Hackhuhn. Gott, sag mal, du kleines, dreckiges Dreckshuhn, du Blödes. Nein! Ich werde von einem Huhn begrapscht und bedroht. Jetzt bist du draußen, ne? Ja, bin ich doch eh. 2, 1, 1. Dieses kleine Dreckshuhn. Wart erst, was? Beste Tasse beweist du dir jetzt erst. Du bist noch drin, ne? Ja. Ja, ja. Dann bleib ich auch drin. Hä? Olaf, ist das jetzt ne Errungenschaft, wenn du aus der Tasse trinkst? Ich weiß, das ist eh ne Insider-Sache. Ich werde dich auch voll schicken. Genau, der. Ja, schick mir ein Bild. Und hör auf mich Walter zu nennen, du Arsch. Walter existiert nicht mehr! Was für ein... Was für... Warum dieses Levels zweit ist? Wo ist das 41? Oh, da war's. Echt? Du hast gecheatet, ich hab's genau gesehen. Mit deinem Raumanzug. Ähm. Chrissy, kannst du für mich auch gleich Pipi machen? Das wär super. Oh, Jungs, ihr habt das Prinzip hier net verstanden. Weißt du, warum ich mir jetzt nen Helm angezogen hab? Uff, 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 uff. Gepuff, oder so. Alles klar, Olaf. Das ist ne gute Tasse. Ja, nein! Ja? Hast du noch kurz vor Ende verkackt, oder was? Da hast du... Aber ich kann wieder... Ich kann wieder nicht raus. Ist das doch hier... Was ist denn hier schon wieder? Muss ich jetzt echt hier... Warte, ich mach alte vier. Nein, nein, du kannst ja auch Escape-only-Show machen. Nee, es ging eben nicht. Das war das... Looking for Game to Capture. Alles klar. Ja, ja. Das kommt gleich wieder. Das ist... Da kommt Spiel. Wähl doch noch Spiel. Oh, da ist es ja. Müsste nur noch hier... Ah, okay. Danke. Streamlabs OBS. Für deine... Was ich nicht. So. Habt sich eingeladen. Wo bist du? Wo bist du? Oder bist du gerade in einem Spiel? Nein, ich hab gerade ausversehen. Was hast du ausversehen? Einfach schnell wieder... Wenn du schnell... Bereit drückst, ja? Ja. Schnell auf A doppelt kriegst, ja? Dann kommst du gleich wieder zurück ins Spiel. Also in eine neue Runde musst du einfach wieder abbrechen. Dauert halt manchmal ein bisschen länger, bis du raus bist aus dem Ding. Du hast länger gesagt, oder? Also dass es länger dauert, okay. Ach, das Durchlaufen. Oh, Hunger. Ist nur durch Tore laufen. Ja, ja. Und ein böses Ende. Ja, mit dem kleinen... Der kleinen... Programm oder so. Mal stehe ich relativ weit vorne. Hab sogar Luft. Genau. Aber ich stehe... Boah, wie die immer schubsen. Die Drecksäcke. Lass mich durch. Bin schaulustiger. Ich bin letzter. Ich bin drin. Also, qualifiziert. Ähm. So klar. Hab ich praktisch mal nicht. Ja. Okay. Ach, und jetzt hat Olaf Trollhobbin das abgeschenkt. Ihr seid doch bekloppt. Schön, dass ihr euch gegenseitig Subs verschenkt. Das ist doch toll. Tschüss, Nussle. Es sind wieder ein paar Leute aus... Aus... Ikele Scherzchen. Bäh. Oh nein. Beinahe in die Spalte reingerannt. Das war ein kurzes Erlebnis. Äh. Ich bin zu verlassen. FS19. Was ist denn FS19? Auf FS19. Das ist Farm Simulator. Ach so, das könnte sein. Baby. Aber der kommt nicht weit. Meine Tiere brauchen mich. Farming Simulator. Ach so, ihr spielt ein Schweizer Spiel. Finde ich gut. Wir brauchen noch Sklaven. Nee. Nee. Aber was mir gerade auffällt, ja, du redest von Spalten und Trollhobit fängt an mit... Ja, womit? Ich hab mir auch schon überlegt, ob ich das Spiel mal streamen will. Connection Error. Ja. Was wolltest du streamen? Das Spiel. Du hast auch schon lange nicht mehr gestreamt, oder? Ja. Ich hab das letzte Mal über Borderlands. Mit Spalten kennt er sich aus. Von wem redest du jetzt? Olaf? Ja, bestimmt. Woher weißt du das, Rollhobit? Oh, drück. Drücke. Ich glaub, das war jetzt das Runde. Ja, ich kenn. Falsches Bild, falsches Bild, falsches Bild. Mach den Moses nicht kaputt. Der kann sowas nicht. So. Oh, das ist mal ein anderes. Hast du aber auch schon... Hast du auch vorhin schon zugekommen? Ja, nice. Er hat mich... Nee, mach das nicht. Dann kann er nicht mehr spielen. Ich wurde gestern von Staubswaldwebel, äh... Revan, äh... Durch den, äh... Ruka Park hier. Das hat mir gereicht. Was wurdest du? Vom... Was? Von Drill... Von Drill Sergeant... Revan... Durch den Ruka Park getrieben. Achso. Durch diese schmale Spalte... Durch diese hohle Gasse müsst ihr gehen. Toll, und ich sag, diese schmale Spalte. Ja, das ist so ein Schweizer Ding. Kennst du wahrscheinlich nicht. So. Hör auf, ihr... Mich abzubremsen. Was ist mit euch? Nein, 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 nein. Jetzt. Komm. Oh. Huuuuh. Auf dem letzten Drücker. Vorletztes, als vorletztes. Huuuuh. Das war knapp, du. Eigentlich wär's lustig, wenn die da runterfallen und dann so wie bei hier Murmeldingens nochmal ein Spiel ist. Wibi. Oh Gott, was ist denn das? Team Abschweifen. Wat? Du musst praktisch, äh... jedes Team hat Schweif, ja? Also so wie bei, äh, Marios... Marios 3, ja? Siehst du? Nee. Und du musst vom anderen Team einen Schweif holen. Ach so. Du musst praktisch einen Schwanz ausreißen. Dann den Schützen. Das ist ja brutal. Gib mir deinen Schwanz! Hört sich auch über... Ey! Hat der meinen genommen? Ich hab meinen Schwanz genommen. Das geht doch gar nicht hier. Aha, ich hab einen Schwanz... Oh. Nein! Gib mir meinen Vargos-Schwanz zurück. Ey! Kleiner Drecksack. Oh. Das war der falsche. Gib mir... Einen... Schwanz! Nein! Gut, dass man keine Clips machen kann. Oh. Nein! Oh. Ich hab ihn noch. Ich hab ihn noch. Mein Schwanz! Nein! Aua! Meiner! Ja, wir sind zu sch... Nein, vier... Wir brauchen einen Schwanz. Was man... Mit bei Geld ein... Aua! Aua! Meiner... Der Blaue will meinen Schwanz. Ich seh' das. Ich lauf' jetzt hier einfach im Kreis. Au! Auch nicht. Oh, nein, 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 nein. Der will einen Schwanz. Da will ich nicht hin. Irgendwann. Drei Sekunden noch. Bin ich froh, es ist die Clip-Funktion draußen. Sonst kannst du das später aus dem YouTube rausholen. Aus! Bringen die Leute nicht auf Ideen. Oh, nein! Oh, gut, der hatte schon einen. Das ist mein Schwanz. Er hat mir deinen Schwanz! Oh, nein! Nein! Er hat ihn mir noch geklaut! Nein! Gib mir meinen Schwanz! Oh! Okay, wir... Ja, super! Okay, wir haben trotzdem gewonnen. Wir sind zumindest weiter gewonnen. Ob wir gewonnen haben, war jetzt... Ist ja egal. Hauptsache... Ja, als würden wir das Ganze gewinnen. Okay. Ach so, wir müssen einfach ans Ziel kommen, ne? Ach, das warst du... Ach, das warst du vorhin... Oh Gott. Ja, wenn du... Wenn du einen Schleim fällst, bist du auch raus. Okay. Bin raus! Nein. Aber jetzt stehst du mal vorne, glücklicher Mensch. Ja, wenn es nicht lecken würde. Hey, Walter, piepst du einfach, dass du bei diesem Schwanz liegt einfach alles raus, ja? Was? Nee. Ach so, ja, könnte ich... Stimmt, aber das wäre... Das wäre ein ziemlicher Aufwand. Ein ziemlicher Aufwand, um ein bisschen Schwanz rauszuholen, was? Oh Gott. Oh Gott. Oh, ich bin down. Ja, ich bin auch raus. Du darfst dir keinem erzählen. Gut, dass du das Plus 18 in diesem Stream gemacht hast, ja? Ja, immer. Und auf YouTube ist auch alles, dass es nicht extra für Kinder gemacht ist. Ich glaube, da ist sogar auch ab 18 drin. Müsste eigentlich. Da sind wir wieder. Über wie viel Wippen willst du gehen? Wenn da wieder so ein scheiß Huhn dabei ist, ne? Dann rast ich aber aus. Hier ein Pommesding und... Nein, 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 nein. Okay, wir sind noch voll dabei. Wir sind dabei. Nein, 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 nein. Du bist weiter vorne als ich, kann das sein? Ja, ja, das kann sein, ich weiß es nicht. Ja, ich sehe deinen... Ich sehe deinen Runden Pfeil. Okay, alles gut. Bisher ist alles gut gelaufen. Betonung liegt auf bisher. Ja, dieses Mal auch nicht das pinke. Nee. Nein. Oh, oh, oh. Ich bin dritter! Wenn der mich nicht packen würde. So. So, wo bist der? Wo ist die 41? Gelb, wippe, wippe, wippe. Na, gelb, wippe, wippe. Hä? Ich finde mich nicht. Hast du eine neue Nummer? Ähm, die Nummer ist safe. Hm. Bin ich runtergefahren? Hopp. Finde ich nicht. Oh, da war es, glaube ich. Da. Da bist der. Der Astronaut. Bitte nicht zum Vorbild gehen. Mal kackisch auf der. Hä, was machst du? Ausschalten. Oh. Das ist nicht so toll. Habe ich schon erwähnt, dass ich dritter war? Eigentlich müssen wir jetzt auch an dieser Stelle aufhören. Oh, ich habe alles erreicht. Also, wenn du erster bist, kriegst du eine Krone. Und das ist praktisch auch wie eine Währung. Du kannst dann andere Skins freischalten. Ah ja. Für andere Belohnungen. Du weißt schon, dass ich diese Krone nie haben werde. Du kriegst auch während des Season Pass eine Krone. Oder zwei. Ach so. Oh nein. Oh nein. Was ist das? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Oh nein. Nö. Oh Gott. Wie soll ich denn da durchkommen? Nein. Stau doch voll laufen. So ein bisschen nach rechts. Oh nein. Oh du Arsch. Ach man. was für ein arsch ding was für ein arsch ding ach so ich sehe es hier gerade wenn ich level dingens erreichte habe ich eine krone also du bist noch im spectating kannst du ja über dieses kannst du ja da oben brauchst du eins bei den abilities kannst du ja auch sachen noch freischalten aber das ist nicht plattform übergreifend das spiel oder oder so es gibt es glaube ich playstation kannst du ja ja das schon aber dass du auch mit zusammen mit pc-spielern dann spielen doch doch cross crossplay sehr gut so wenn man schon nach den von den ersten leuten runter getroppt wird dann ist das spiel die runde fast schon los das war knapp und nein ist wieder weiter vorne als ich ja esl naja ehrlich nein kacke so jetzt habe ich und da geht der wache vorbei ok das hier ist gerade ein bisschen unproktisch ja manno ist doch kacke immer diese leder plattform ja echt ok das dachte ich mir schon ok das ist gerade ein bisschen unproktisch ja ich kann doch nicht so hoch springen ok das ist gerade ein bisschen unproktisch ja ich kann doch nicht so hoch springen warum sind denn alle jetzt unten drauf gesprungen die affen durch oh mein gott ich schaffs noch bis du noch dabei ja 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 schon lange im ziel oder was ja ich hab die sie als irgendwann um die 20 aber wenn ich dein dein team screen sehe ja ja und mein die sind ganz anders da verteilt bei mir ne die leute ok ja jetzt schon ein klein krachsler natürlich ganz hinten ja ich auch bitte ich ganz hinten ne oh geil da deine den ball direkt über mich drüber geworfen ach mann ihr penner dieses rumgeschubst immer nein kann man sich nicht irgendwie hochziehen ja ja na toll mit der greift hast du da kam schon die soße hört sich auch falsch an bist du noch dabei ja 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 über grad bei den hammer bei den wenden hammer na da bist du ich hab dich hab dich gefunden hiesig nein schnell die soße kommt könnte man auch falsch verstehen hm ja wohl du hast noch ein bisschen zeit in der szenen qualifiziert oh du schaffst es echt boah was sind das denn für arschgeigen wollen die dich noch runterschmeißen oder was und 17 einfach nur durch hoch springen was denn chrissy verstehe ich nicht wegen der so muss wahrscheinlich in der runde holst du dir die krone oder 14 qualifiziert ja aber war es so klar vielleicht dürfen wir ja wenigstens mal ein anderes spiel sehen dennis hatte schon oft dieses memory spiel ok ja oh was ist das denn oh oh ich hab das hab das schon bei pool party gehass ach so da sind nicht alles äh feste platten hm ok das ist der nur der der ist nicht vorgegeben na wir gucken dir zu oh wie gemein hunde los schub sie runter oh nicht dich hehehehe oh da ist ein Hühnchen kill es kill es Hühnchen sind böse die neue Sachen meisen du schaffst es du schaffst es Nicht. Schade. Spaß macht das Spiel die Demi. Ich kann so wieder nie raus. Nee, ich auch nicht. Noch ein bisschen buggy, wa? Ja. Aber wenn das das einzige Problem in dem Spiel ist, manchmal dauert es auch ewig bis sie in den Lobby rein startet. Wir können ja jetzt einfach so tun, als wären wir das. Na gut, das Finale jetzt schon, ist klar. Ach du Heiliger. Das ist einfach nur ein King of the Hill. Du musst einfach nur berghoch rennen. Verdammt, das ist keiner, der so aussieht wie meiner. Ach hier, ich bin der Wolf. Da hat jemand gecheatet. Okay. Echt jetzt? Ja. Ja, ist ja super. Er soll sich mal ordentlich löschen gehen, wa? Hast du, hast du doch. Ich war auf den Typen drauf, ja? Der hat eben safe geteatet. Okay. Kannst ja, kannst ja. Der ist auf jeden Fall mal klippen und den Entwicklern schicken, ja? Machst du mir denn gefallen? Ja, ich kann keine Clips machen, ich müsste aus dem Video rausholen. Ja, holst du es doch später aus dem Video raus. Weiß wie ich mein. Und weder war es ein Glitch oder ein Cheat. Ich bin immer noch im Spectator, ne? Oder? Und was? Nein? Jetzt war ich verwirrt. So, jetzt warte mal, wer der ist Durch die Engelkasse müssen sie kommen Wow, was sind denn da welche geflogen, ey? Au! Hä? Was passiert hier? Das war merkwürdig. Na, reicht nicht. Das war merkwürdig. Nein, ich will raus. Lass mich raus. Und es geht wieder nicht. Das ist doch kacke. Hallo, Spiel. Du musst halt warten, bis du wieder in der nächsten Lobbyrunde bist. Das ist ja blöd. Das ist das perfekte Part. Memory. Das ist eine Art Memory, ja. Kannst du mal kurz anschauen? Ja, ich komm ja eh nicht raus. Ah ja. Und nach einer bestimmten Zeit, da geht eine Zeit ab, ja. Dann ist hier, ähm, Banane. Und dann die Banane wird angezeigt. Und dann müssen alle hin, wo Banane ist. Ah, okay. So, jetzt muss ich aber... Jetzt kommt uns... Oh, das ist Kitten. Das ist Kitten. Und relativ... Oh, ich komm raus. Ich komm raus. Yay. Oh. Du bist schon wieder ready, hab ich gesehen. Oh, das geht ja fix. Oh, das geht ja fix. Oh, ja. 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 Bist du das neben mir? Nein. Du bist vor mir auf der anderen Seite. Ich bin in der rechten Schlange, nicht in der liebten Schlange. Okay. Au. Ich bin dabei, ich bin dabei, ja, komm. Du bist dabei? Wie schnell? Doch, ne. Steht doch rein, ach so. Oh, was kriegen wir für ein Ding? Oh. Oh nein. Teamspiel. Du gerade weißt, wo ein Team du bist. Blau. Oh. Oh. Oh, ah. Naja. Nein, nicht zu gelb. Mann. Oh, ist das ein Gefummel Aber hier batschen sie sich gerade Gelb gegen Rot Blau hat Konstant fast immer nur 3 Nein, damit Da lassen 3, 2 Nein, 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 nicht rot, nicht rot Okay Weiter Es war aber nur ein Unentschieden, ne? Rot-Blau Egal Hauptsache du hast nur die wenigsten Da gibt's nur so viel Schweifel wie weiterkommen, ne? Ich war es vorhin als Teamspiel war, ist jetzt als Singleplayer, ja? Oh nein, das ist wieder das Schwanzklauen, oder was? Nee Ja, aber nur als, ähm... Ja, aber nur als, ähm... Habe ich gesehen Gib mir deinen Schwanz Danke Danke Ja, Schwanzspiel Hi Schwanz Ich hab auch rein, guck Oh, da kommt die Schwanzklaue Nein, 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 nein So basically ist es ja ein Schweif, ja? Natürlich Klar Nein Oh, ich bin hängen geblieben Gib mir meinen Schwanz zurück Gib mir meinen, gib mir meinen Aber wie er die ganze Zeit rumhüpft, der Arsch, ne? Gib mir meinen Schwanz zurück Oh Oh, äh, hallo? Hä? Das war aber ein schneller Wechsel 26 Ich wär'n Schwanz Gib! Ja! Seh'n nicht, ich seh'n nicht Ach, du bist Ja, ja Nein Nein Komm runter Verdammt Ah, dat war's Oder, oder, nein Ah, fuck Kacke Komm Ich komm immer noch nicht raus Ja Elf qualifiziert Ich glaub, da kommt noch ein Spiel Ich will raus Ich will raus Und los Ach so, das ist wieder Das Team ist cool Aber ich verfluchte das Spiel immer noch Ah, jetzt komm ich raus Ich komme raus Was sind wir noch mal hin? Ich bin season 4 first, season 4 first Okay Erstmal ein Eis, hier gönnen die Genauso 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 wie du den Ähm Ding Genauso wie du den Schweif Ähm Abziehst, ja? Ja Mit dem Crappling Kannst du dich auch hochziehen Mir fällt gerade auf, dass mein Streamlabs Irgendwie die Sache nicht mehr anzeigt Also Also Was denn? Ja hier die Die zwei verschenkten Subs wurden da gar nicht angezeigt Okay Das ist komisch Let's fight Osten durch Heiß und fettig Moment Der hat doch hier Ähm Guck mal no, nur weil die mich geschubst haben Nein Boah, dieses Hüpfen hier ist so kacke Wie gesagt, du kannst dich auch hier hochgrappeln Ach nö Lass mich Yay Ja das mit dem Grappeln Das muss ich erstmal irgendwie noch Ähm Wie gesagt Wenn du ein Tripad hast Du willst mit Tripad Ist definitiv besser Aua Da, da, da haut's dann fast Äh Da haut's dann erstmal Äh Die Wache um Nein Kein zu früh gesprungen Nein, nicht gesprungen Ach diese Musik Als wär Würde man hier so K-Pop hören Oh Gott Äh Nein Nein Zu spät reagiert Ach manno Ach Du scheiß Wolf Ja Jaja Mein Prime Sub wurde auch nicht angezeigt Ja, bei mir wird hier gar nix irgendwie grad Also der Alert Achso, Alerts auch nicht oder was Okay, dann ist irgendwie Streamlabs nicht mehr richtig verknüpft wahrscheinlich Dann auf jeden Fall Danke, wenn du den schon reingedrückt hast Äh, ich hab's tatsächlich nicht mitbekommen Wahrscheinlich sind die Alerts irgendwie zerschossen oder so Ach ne, warte mal Ich glaub ich seh das Problem Ja gut, das bringt jetzt aber halt nichts Aber ne, hier werden die auch nicht aufgelistet Irgendwas stimmt da noch nicht irgendwie, keine Ahnung Ja, verknüpfen mal Neues Oh nein Achso, wir sind ja draußen Ich will raus Ah Okay Danke Puh Ja ne, es kann daran liegen Ne, du weißt, dass ich letztens was getestet habe Es könnte daran liegen Vielleicht Obwohl das eigentlich gar nicht sein kann Aber, naja Außerdem, du musst ja gar nix sagen, ne Sonst stream mal Ohne ruckeln und so Ohne ruckeln Jetzt kommt gleich hier Ich hab ein Internet und PC Ah, endlich mal So, da hast du deine Türen Da bin ich Rechts außen, alles klar Ich bin links außen Aber ich steh ganz vorne Aua Gott ist das ein Chaos Alter, hört doch mal auf hier rumzuschubsen, ey Alle kuschelbedürftig hier Aua Komm, 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 komm Nein, 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 nein Nein Bis dann Die Schubs sind nicht die Bogen Hast du's auch nicht gepackt? Ja, ich hab's gepackt Na, super Oh nein Oh nein Team Abschweifen Abschweifen Jetzt bist du aber vom Team abgeschwischen, wach Ja Holen wir uns die Schwänze Aua Und hier sehen sie Äh, Schweifen natürlich Und hier sehen sie Einen tapferen Wachy, der Sein Den Schwanz sucht Äh, den Tail Na los, gib mir deinen Schwanz Und das Rote Team hat vier Schwänze Nein, ich war doch schon dran Ich hab ihn doch schon gespürt Aua Und den Schwanz? Den Schweif Achso, das ist wieder ne Teamsache, immerhin Habe ein Hup Hup gehabt Mann Kann doch nicht wahr sein Hallo, Unentschieden Nein Nein Ich möchte doch nur mal nen Schwanz haben Hört sich auch so falsch an Ja, voll, voll, du bist grad, bist grad an dem, äh Äh, äh, kipp hier Wieso nehmen die blauen sich gegenseitig denn? Ne, egal Nein Nein Oh, ich hab ihn noch, ich hab ihn noch Ich hab ihn noch, ich hab ihn noch Ah, du Arschgeige Gib den zurück Oh, huch Zehn Neun Acht Sieben Sechs Hallo 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 Hi So, das ist unsere Zul Gelängerung In Sekunden Ne, das ist unsere, dann halte ich den mal auf Versuchst du zumindest Ha, du kriegst den nicht Oh, Mutter Nein Gott Oh, Mann, oh Außen? Oh, ja Oh, Mann, oh Oh, wow, krassi Ja, raus, ne? Wenn man dann rauskommen könnte Oh, was ist denn das? Das ist auch was cooles Stop Party Willst du, willst zuschauen? Ja, guck mal kurz rein, ja Okay, guck mal kurz rein, ja Okay, guck mal kurz rein, ja Ach so Ach so, die müssen sich Ah, okay Verstehe Übrigens Ja, doch, ich komm raus Woll grad sagen, ich würde auch nicht rauskommen, wenn ich's können, äh, wenn ich's wollen würde Uh-uh-uh-uh-uh-uh Der Moses ist gemutet. Ja, ganz kurz mal, ja. Musstest du niesen? Nein. Let's go! Oh. Oh Gott. Ja. Oh, danke. Ich hasse das Ding hier. Ja, lass mich doch hier hoch, ihr Penner. Aua. Ach, Mono. Ja, danke. Kann ich hier... Danke. Lauf mal wieder weiter. Okay, wir probieren's nochmal durch die Mitte. Au. Oh. Das hat ja super geklappt. Ja, danke. Ich will hier durch die Mitte. Ja. Nein. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Hier muss man doch durchkommen. Ähm. Ach, Mano. Darf ich wenigstens einmal durchkommen? Ich komm eh nicht mehr, äh, qualifiziert durch. Nö. Ich will raus, aber ich kann nicht. Ja. 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 Das hatten wir jetzt schon länger nicht mehr. Ja. Ach so, wir sind das ja auch gar nicht. Mhm. Hat ein bisschen gedauert, bis ich das geschnallt hab. Ja. Jog gesehen. Nee. Hatten wir auch nicht so oft das spiel, oder? Hm. Nee, ich glaub nicht. Hm. Hat dich das überhaupt schon? Keine Ahnung. Ich glaub, das hatte ich noch gar nicht. Okay. Ach mag. Ich weih. Ich weih. Ach so, ich weih. Ja. Ach so. Ja. doch ich erinnere mich ja hier erwischt mich immer der scheiß das war eben nur ein troll als ich gesagt habe hat man schon lange ich weiß kotzt mich das propeller ding an ja auch diese trolls was dann jetzt beinahe geschafft ach du bist noch nicht durch das ist auch nicht mehr und die leute ist es hier noch besser ist noch besser kaum du schaffst es noch nein das sind so arschgeigen diese drecksicke die davor warten und gucken wie du kommst auch nö nicht schon wieder ich mache die jahre Das war's. Wo ist er denn? Da ist er. Diesmal, diesmal, diesmal ist er aber hier. Nicht gut, nicht gut. Mit des Spiel brauchst du Timing, ja? Okay, sieht aber gut aus aktuell. Muss jetzt nur so bleiben. Also links an der Wand treten die gerade alle raus, ja? Ah fuck. Nicht gut. Was tut die hier? Nein da, nein, nicht raus. Verlängerung ist doof. Nein, 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 nein. Wäre gut, wenn du mal weiterkommen würdest und ich nicht, weil dann könnte ich mal pinkeln gehen. Ich mache halt eine Pause, ich kann auch sagen, ich mache auch gleich mal eine Pause wegen dieses Spiel. Ja, ich denke, dass ich jetzt nicht mehr allzu lange aufmache. Das Spiel ist an für sich simple, ja? Einfach nur dodgen. Hä? Was ist denn da passiert? Und das Rollband hier. Nein. Ich komme mir vor, wir in einem Worms Schlachtfeld. Nein! Oh, du scheiß Ding. Ach, wow. Also, eine Obstschlacht mal anders, ja? Ja, die gefällt mir nicht. Ach, Mann, oh. So, ich mache jetzt Pause. Ja. Und viel Spaß noch beim Weiterspringen. Aha, Martin, Martin kommt da aus der Tiefe des Raums. Oh, ein Martin. Hallo, Martin, was geht? Tschüss, Martin. Ja, da muss ich ja wohl noch ein, zwei Hündchen machen, wenn der ist, der ist jetzt aus dem Loch gekrochen, komm, ne? Nösch. Ah, jetzt ist der, ist der alte Mann aus der, aus der, aus der Tiefe des Loches rausgegriffen, ne, gekapselt ist. Stell doch mal auf Deutsch, ich kann kein Französisch. Hä? Was, Laberstuhl? Was, Laberstuhl? Gibt's hier eigentlich, kann man das Deutsch stellen? Naja. Boden. Einstellungen, Anstellungen, äh. Also, ich hab's Deutsch. Hm. Keine Ahnung. Muss ich das bei Steam vielleicht? Maybe. Weil, so geht's. Kundendienst, Mitwirkende, Tom. Okay, ähm. Weil ich hab's auf, ich hab's auf Deutsch. Komm, mach doch noch eine Runde. Ah, du, ich, jetzt raus. Oder bist jetzt noch drin? Ich bin verwirrt. Nee, ich bin jetzt raus. Ich mach jetzt den Break. Okay, Chrissi. Ja, allzu lange mach ich eh auch nicht mehr. Alles klar. Dann, viel Spaß beim Weiterspringen. Jo. Wie war das? Teilen. Teilen, liken, abonnieren. Jo, bis später. Jo, bis dann. Tschüss. Da mag ich meine Playstation direkt auf, äh, Deutsch. Jo. Keine Ahnung. Ich hab jetzt nicht geguckt, ob man das auf Deutsch stellen kann. Wie weit bist du denn schon gekommen, äh, Morin? Oh, das nervt gerade, dass die Maus jetzt auf dieser Höhe da gammelt. Man macht mir die Türe auf. Aua. Ach, diese Scheiße hier. Au. Wir müssen es schaffen. Auf der Überholspur. Nee. Nein. Nicht gut. Nicht gut. Komm. Oh. Puh. Warst du schon in der Finalrunde? Oh. Das ist aber, das ist aber schon... Das ist ja schon eine Ansage. Ja. Das ist ja schon eine Ansage. So, was ist es dieses Mal? Ah ja. Aber ich werde tatsächlich auch nicht mehr allzu lange machen, weil erstens, äh, Hunger und zweitens, äh, ja, weiß ich nicht. Weil auch Hunger oder so. Nein. Mach auf. Danke. Ah, das war so klar. Oh mein Gott. Wir lieg gleich duschen. Viel zu warm hier. Was ist hier mit Krapcha? Ja, immer dieses blöde Schweifern. Du willst gar nicht wissen, Martin, was hier an Aussagen kamen von mir bei dem Schweifang, ja? Das willst du gar nicht wissen. Ich bin froh, habe ich die Clips deaktiviert. Ja, Chrissy, das ist natürlich nicht so toll, ne? Ja, ich mache jetzt noch diese Runde hier und dann, äh, werde ich dann für heute erst mal aufhören. Ich meine, es ist ja schon ein Wunder, dass ich mal wieder streame, ja? Oh Gott, was ist denn das? Das hatte ich noch nicht. Kann man sich ducken? Okay. Das war doch bestimmt noch nicht alles. Das war doch bestimmt noch nicht alles. Passiert hier noch was? Ich will die nicht runterschubsen oder so. Das ist nicht mein Stil. Oh, da kommt was. Fliegt! Oh, 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 oh. Oh, 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 das war knapp. So. Ducken brauchst du nicht. Puh. Ich glaube, so weit war ich noch nicht. Bin mir nicht sicher. Also Martin, ich werde auf jeden Fall das hier noch, äh, das wird auch auf YouTube kommen. Ich habe es nämlich nebenbei aufgenommen. Vielleicht kannst du ja, wenn du willst, da dann noch angucken, was da so an Begriffen rauskamen bezüglich, äh, ja. Schweif. Schweif natürlich. Nee, ich glaube nicht, wenn ich ins Finale komme, dann weiß ich auch nicht. Okay, wir spielen Rocket League. Herzlich willkommen bei Rocket League. Oh, oh, oh. Nicht gut, nicht gut. Okay, ich bleibe ein bisschen. Okay, die verteidigen gerade sehr. Oh, ja. Okay, das ist nicht gut. Weg damit! Nein, 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 nein. Oh, gut gemacht. Gut gemacht. Das hat er gut gemacht. Aber ich habe das Gefühl, dass unser Team nicht gerade super ist. Nein! Wir haben zwar einen guten Verteidiger, aber das reicht nicht. Greiße. Okay. Nicht vergessen, das Ei. Wir brauchen das Ei. Da ist das Ei. Oh, nee, es ist kein Ei. Den brauchen wir drin. Den brauchen wir drin. Kommt, Leute. Uh, sehe nix. Oh. Nicht gut, nicht gut. Ey, hörst du auf damit? Kann doch nicht sein, dass das eine alleine hier wuppt. Weg damit. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Leute. Wir verlieren. Wir verlieren. Ey, hallo. Da laufen zwei Blaue alleine. Meine Fresse. Da gehe ich freiwillig ins Tor. Was ist denn das hier für eine Teamdynamik? Ach so, das ist ja unser Tor da hinten. Nicht gut. Das kannst du vergessen hier. Komm, ich mache ein Tor hier. Keine Lust mehr. Sieben zu eins. Das kannst du ja nicht hier gucken hier. Ja, was war das denn? Ja, was ist mit der Schweiz? Schweizer Nationalmannschaft. Es tut mir leid. Es ist halt so, dass in der Schweiz die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft als Nazi bezeichnet wird. Als Nazi, nicht als Nazi. Das ist die Betonung, die anders ist, mein Freund. Brasilien, Deutschland, ja. Das ist halt echt so. Da kann ich nix für. Ja. Da kann ich nix dafür. So, wir gucken hier eben noch kurz zu. Oh, das ist cool. Warum darf ich so ein Spiel nicht mal mitmachen? Hier. Sowas gibt's doch auch bei Minecraft, oder? Ach so, die müssen versuchen, so lange wie möglich oben zu bleiben, ne? Das war's. Das kennst du auch noch nicht, Martin. Ja, ich glaube, du musst so lange wie möglich oben bleiben. Und unten wirst du eliminiert. Sowas gibt's auch bei Minecraft, so Spielmodus-Gedöns. Ne, Chrissi, da haben ja zwei gewisse Personen, haben das mal an der PS gespielt. So ähnlich. Das ist aber cool. Ja, hier wird er gleich runterfallen. Tschüss. So, der hat da aber Glück hier. Ja, da unten ist Ende Gelände. Jetzt muss er aufpassen. Okay. Aber ich glaube, das Hüpfen ist eine bessere Taktik, oder? Weil die weniger schnell auf den Nächsten gehen. Gott. Tschö. Das Dino stirbt eh aus. Oh, wow. Hä? War das jetzt das Letzte, oder was? Ach so, das war das Finale. Okay. Ja gut, dann machen wir für YouTube erstmal Feierabend. Ne, tschüss.